Hallo, ich bin die Sina Ronellenfitsch. Ich arbeite hier in der Unternehmensgruppe Betty Barclay im Personalwesen, als Personalsachverarbeiterin. Ich bin 2007 als Auszubildende eingestiegen zur Industriekauffrau und da hat man die Abteilung Personalwesen auch durchlaufen für mehrere Wochen und hat mir das schon sehr gut gefallen, weil man damals auch in der Ausbildung schon sehr selbstständig dort arbeiten konnte und ich fand das schon immer sehr interessant und war dann ganz glücklich, dass ich da auch nach meiner Ausbildung gleich übernommen werden konnte. Also das Team ist relativ klein für die Größe des Unternehmens. Wir sind sechs Mitarbeiter im Personalwesen, zwei sind eben für die Gehaltsabrechnung zuständig, dann haben wir drei Personalreferenten und ich arbeite auch zusammen mit einer Personalreferentin als Sachbearbeiterin und mache auch Abrechnungen. Was ich auch schön finde, ist, dass wir eben schon seit über 60 Jahren ein unabhängiges Familienunternehmen sind. Das spürt man hier eben auch sehr. Das ist ja ein familiärer Umgang miteinander. Jeder kennt jeden, obwohl wir so groß sind, kennen wir uns trotzdem alle. Und ja, es ist ein schönes heimisches Gefühl, auch wenn man nach dem Urlaub zum Beispiel wieder kommt, ist es irgendwie wie Heimkommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal.